Am dritten Position, mit der Startnummer 104, Heya Mitya! Ein Superläufer! Mitya, wie ihr die Spitze fast sehen könnt, ausgangslängend. Dann, wenn es hinauf geht zum Kaffee-Oberland, da wir sehr freigleiche die Werke zu sehen. Dann wird die Spitze vielleicht zu sehen, das liegt auch mit Mund, damit er den Anschluss behalten kann und sie leicht noch zusetzen.